diesen scheiß hier an das kann alles nicht wahr sein oder wie gesagt gestern servicetechniker vorgestern servicetechniker vor vorgestern servicetechniker erst drei autos dann zwei autos dann gestern ein auto und guck mal ist das nicht der hit ich weiß nicht schaut mal das sieht alles zum shopping center rüber habe ich vorhin schon gesagt man kann das shopping center aus san augustin schon sehen das ist doch alles nicht wahr oder was das gibt es doch nicht wie gesagt ich habe 19 anzeigen gemacht trotzdem passiert nichts da ist das nicht genial auch ich sag ja trotz regen kifferwetter